ich habe ja genau ich habe es noch mal bestätigt noch mal gemacht ich bin pink ach übrigens lukas du kannst im montags so ab 10 uhr kannst du holen auf dem feldpunkt das ist zusammenfassung der budget liegt im feldpunkt das erste jahr du kannst es auch live gucken nur was macht zwar die z die z mein problem ist dass sie das kompletter nach der flanke macht die nicht von Ja, das ist aber auch gewollt. Willst du jetzt damit sagen, dass es an den Flanken liegt? Bullshit. Bullshit. Was? Das ist auch ein kleiner... Das ist auch ein kleiner Ansatz. Das ist ein Verteidiger oder ein ZDM? Er hat sich eher als ZDM. Oder? Ja, ich würde sagen, er hat ZDM oder DM. Wo knüpft er sich an? Stark. Stark. Oh nein! das Plan ist kaputt alles scheiß die Planung Arsane und ein bisschen sogar noch mal an ich wollte Grätschen dachte der würde dann habe ich aber auch das gedacht ich hätte wahrscheinlich auch und was gedrückt schon dann nimmt er für kacke an das oh oh das ist mit dem gut super gut ja 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 Danke. Mann. Boah. Frech. Hätte nicht gedacht, dass ich es probiert. das war ja der Weißfrau in der Türkei das war erstes aber ich über Aufregung hätte Toreich so nach oben blocken können oder der war schon sehr weit draußen der Torwart und das ist dann noch zu locken und halbbar und einmal einfach der Weibach gut genug wenn der Abwehr setzt zwei Meter zu dem Torwart der gesprungen will ein Fiefermomentum das ist ein bisschen geschmeidig gleich wieder nur einen Hoden was ach ich wollte eigentlich alles nicht leidiger aber wenn Lukas rankommt dann ist ja alles gut ah ah ja 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 ist einfach No Ah shit. Stark. Fuck. Sorry. Good job. Okay. Okay. Good job. Okay. 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 Oh, den wollte ich nicht, aber Bobadu. Oh! Bobadu! No chance! Ach, willst du eigentlich genau so schießen? Ah, das war Shevchenko. Ja, Digga, ja, ja, ukrainische Legende. Bei Milan. Ja, Andri. 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 188. Was? Wie viel steht jetzt 3-0? Ja, sicher. Ich bin trotzdem vernünftig zu Ende, Freundchen. Ja, ja. Ja, Fünfte, und ich so. Genau, er ist auf fünf so. Ja, ich bin trotzdem schon ein Stück. Und das ist so, ja. Ich wollte euch noch mal tale. Ja, das ist so, ja. Und das ist so. Ich weiß man natürlich zwei Jahre. Ich weiß nicht, man muss mich ein paar mal machen. Das ist so. Das ist so. Und das ist so. Ich glaub die Linie gegangen. Ich weiß nicht was mein Pro da so grad macht, aber... Ja das... Lauf nochmal. Ja ja. Gut. Ich hab wohl gutes Parfell. Ey! Parf... 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 Parfing. Abseits. Abseits. Oh fuck. Ist aber. Oh! Nein! Das war mein schwacher Fuß leider. Das hat er leider mit dem rechten genommen. Das war mein schwacher Arm! Er... Nimm meine Darkhand! Was? Oh! Boah! Malisch! Das ist einfallslos! Das kannst du vergessen! Und? Überzahl? Ja... Ich fand nicht, wie der kommt. Aber ich probier's. Stark! Was? Da macht er die Kopfhörer raus. Spiel lieber sehr weiter, ne? Nicht um die Flanken, ne? Ja... Naja... Ich wollte schon was gesagt. Also wenn er nicht reingegangen wäre, hätte ich was gesagt. Genau so wie ich Raph angebrüllt hätte. Naja... Aber bei mir kannst du davon ausgehen, dass ich Save Call gemacht hätte. Du hättest ja eben gesagt. Wahrscheinlich nicht. Ne... Wahrscheinlich nicht. Ich wollte nicht. So eins noch, dann können wir spektakulär spielen. Das ist jetzt immer das Ziel. Nicht gewinnen, sondern Hauptsache 5-0-4. Dass wir scheiße bauen können. Ja, richtig. Ah, schön. Stark. Ja, okay. Dann können wir jetzt sehr spektakulär spielen. Starkes Dribbling, starke Flanke. Voll arrogant. Ja, dann gehen sie raus. Ja, toll! Jetzt nehmen die uns das! Jetzt nehmen die uns das! Das ist so ein Fick! Das ist echt ein Fick. Das ist richtig unfair. Dass man hier nochmal ein bisschen Tod von dir auf Band bekommt. Ich bleibe ich wieder am Stützel. Lachso, 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 Raphomso, Lachso. So. Ich bin jetzt konzentriert. Lachso. Oh! Startlar! Wie geht das Spiel? Ach ja, das war ja meine Taktik Scheiße. Ey, lass probieren nochmal zu spielen. Das fack mich bei Club auch immer. Also klar, ich brauch da Tempo, sonst haben wir ja keine Chance, aber nicht nur zwangsläufig auf Startplan. Oh! Entschuldigung. Das war jetzt sehr weit vorgelegt. Ich wollte doch einen Schritt machen, und ich würde ganz auflegen. Das war geil auf, übrigens. Na los, du scheiß Torwart. Puh! Oh! 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 Ja, ich muss jetzt ein bisschen reinkommen. Ja, labern Sie. Oh! da bin drin ja wir warten ob du den ersten Hochbeuge gemacht hast im Zusammenhang zu drin bist oder nicht das Schlempte darf so wie zu dir immer schießen oder? äh ja genau so oder? dafür mach ich die Kopfschmerzen das ist halt voll Lachso, 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 Lachso jetzt kommt der Kopfball ja ein bisschen kurz ich bin froh dass er dran kommt auf oh war vor kurz wie weitermachen eigentlich die Kultus aber haben geblendet auch mit Paprika für eine Woche war denn noch einmal weiß ich habe schon schießen da musst du das jetzt machen Lack so Lack so, Lack so Komm holen wir Schön Schade, Passivier Warum war das Schade, Passivier? Ja, wenn er reingegangen wäre, wäre das stimmt Schade, Passiviertausende Warum ich nicht voll? Hehehe Schasse, Bus zum Mal, weiß was man sagt Lack so, Lack so, Lack so Oh, schön, Rainer Ah, man, so ist die Bewegung, finde ich gerade irgendwie ein bisschen mehr, weil ich manchmal die meiner hier macht Mein Boy Schöne Spiel Schöne Spiel Oh, direkt unter der Master Ah, da gehen die raus Nächstes Spiel, let's go Schöne Spiel Schöne Spiel